moin pyros und herzlich willkommen zu einem neuen testvideo heute testen wir flashbang von weko das sind die aus dem jahre 2016 und mal sehen ob die ihr preis gerechtfertigt sind 3 euro ist jetzt nicht viel aber man erwartet ja etwas gutes wenn flashbang draufsteht jetzt werden wir mal vier oder fünf stück testen ganz guter knall und jetzt schießen wir zweimal doppelt geht durch also ich finde die auch ein bisschen stärker wie letztes jahr ganz gut macht man auf keinen fall einen fehler ja 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 ja